Hallo am Zusatz bei Fallout 4 Ich wollte also Falls ihr in die Kommentare schreibt Welche ich jetzt auslöschten soll Verhaber die Synchronie Überkehrheitsatoms Oder als 2er von oder alle 3 Der Überkehrheitskommentare geschrieben hat Löschte ich einfach alle 3 aus Und fahrekehrheitsatoms an Allerdings habe ich vor Denn die Wer erinnert sich vielleicht noch Die Atoms war jemand was hergestellt hat Wurde wir alle Zivilität abhalten können Ich habe es so schnell freigestellt Wenn ja ruhe ich sie ab Wenn ich dann halt nicht Allerdings sollte ich vorher vielleicht noch Sachen ablegen Die ich dabei habe Dabei sein wenn wir das Gegenverhaber finden Ist nur das traurige Also verhafte ich auslöscht Aber auf jeden Fall Vielleicht als Gegenverhaber tun Dann wird verhaber und feindlich gesonnen sein Long Ferro Light auch Ist da halt so Okay Ich werde es auch schon erfahren Und dann 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 Allerdings bevor ich die Synchronie auslösche, werde ich eigentlich Kazumi wohl wieder nach Hause schicken. Ich hoffe, dass ich aus Hause ankomme, bevor ich die Synchronie angreife. Ich werde sich sowieso auslöschen, bevor ich was gegen die Farbe tue. Von daher, Punkt Zeit wird sie schon haben. Habe ich K. noch was gegeben? Na, ich habe ja Schopatronen nichts gebrauchen. Schopatronen, ah, hier. Ich gebe ihm einfach mal 100. Habe ich jetzt nicht mehr, sondern hier hat sie auf jeden Fall zwar genug. Mal schauen, so. Ich habe mich wohl getäuscht, na super. So, schauen wir erstmal, ob wir jetzt im Hals... Äh... ...teint sie dich. ...je nach vorne ob... ... Im predator Sendung! ... ... Wer steht denn noch? Er ist ja schon tot. Er ist schon tot, okay. Er ist ja vielleicht super da, schauen wir mal, ob wir nicht da was gefangen haben in den Käfigen. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht da was gefangen haben, dann hoffe ich, dass das kein aktiver Hund ist, weil ich mich schon wieder noch ein weiterer Modellentwicklung herstelle. Da, ich habe ja vermutlich recht. Also, wo ist eigentlich die eine Frau von WRVR? Ja. Dann bin ich ja kurz, ähm... Ja, wie schon gleich hast du nur, ich hätte sie noch nicht gefunden halt. Offensichtlich. Toll. Also, egal. Schauen wir erst einmal, ob wir die Frau vielleicht finden und... ob wir finden oder nicht. Auf jeden Fall, die sollen anderen, die sollen weiter schlafen jetzt in meinem Haus. Ja, wow. Und der Hund, dieser Mutant und backt herum. Okay, schlaft ihr hier in meinem Haus? Was? Neue Zahlen? Nichts. Wie? Haben sie Brahmen Geräusche? Gut es geht. Ach so, wo sind sie Brahmen? Okay, schlaft ihr in dem Haus. jörg ist alles klar aber wer schafft hier drin endlich heißt kann ich geben weil sie ja bekannt weil sie ja dann die möglichkeit der ich dann jetzt halt hätte ich vorher vielleicht das ist die einzige möglichkeit die doch schon mit der einzige möglichkeit wie ich dann mit kleidung und bingels und halte andere klärung verkaufte kaufen könnte das sei jetzt auch vielleicht noch mal andermal aber erst einmal damit ich habe ich nicht gestartet nie er will sich noch etwas länger verwirklich nun ab jetzt so teilweise nach vorhaber das war schiebe auf einmal da haben hier keiner ins kommentar geschrieben hat was ich machen so entscheidend hat selbst hier hat uns werde ich auslöschen vor allem wenn ich alles tue vor allem wenn ich alles tue ich bin nicht sicher und wenn ich hin komme die natürlich auch aus allerdings werde ich natürlich gleich danach die jeweils gegen verraten vor allem dass ich noch etwas tun bevor er das tun kann und weil ich alles gegen verraten werde ich jetzt noch mit den zirn reden sind also die leute ich kann es mir nach hause schicke damit die auch noch muss her nach hause zu kommen bevor ich jetzt halt äh dinge jetzt verhabe außer schon manchmal habe ich jetzt schon abgelegt hause ich sage ich meine ich habe ich getan müsste jetzt müsste jetzt alles gut laufen Vielen Dank. dann wo fällt vielleicht die paus zu holen soll verstellt an wurschaft na egal sonst wäre ich noch ohne fällt ich weiß nicht das heißt ist auch egal ne 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 vielleicht neben rät dann kann ich ja preis jetzt ich jetzt kämpfe wie du es dann habe ich synchronie an aber die synchronie würde ich doch mit der verständler wurschaft austauschen zunächst mal die nukleus also gab es ja ein kerl nukleus für den sollten wir jetzt aufhört ständig zu bieten weil der weil der dachte ja der mutter hat umgesehen aber hatte welcher wahrscheinlich durchs ja völlig high war und der kerl von dem christ bekommen haben uns dann ja für etwas gegeben wodurch ich ja dann radioaktivität loswerden konnte oder so oder keine ahnung will ich aufnahmen oder so und der stellt ja was her und gibt uns ja fragen hause jetzt der hat was er erzählt bestimmt wieder etwas von der regisse mit ihm und schaut dann weiter weiter jetzt dafür ist glaube ich einfach nur runter gehen aber so würde ich jetzt schon mal aus denn die werde ich bestimmt auch brauchen also wird der weg runter das ist jetzt ein wohnquartier was das war da vorne die falsche richtung definitiv so und war jetzt muss ich noch mal aber so wie es wieder unterfüllen war ja doch ich naja ist was wir jetzt nicht finden ja hier ist die luft so gut ist also ich empfiehle wenn ihr die schlüsse eingestellt hat einfach zu rennen und euch zum schießen wenn ihr da außen seid denn ihr habt eine bremste hinaus zu kommen ich soll mich schneller teilen scheiß drauf ich muss er soll einfach nicht erst mal raus zu rennen schießen würde mir draußen seid dorf wieder abregelung protokoll aktiviert sprengtüren schließen sich in 30 sekunden ich brauche nicht besser und simpel ich kann nicht auf jeden fall wieder rennen ich brauche nicht besser und simpel dann kann ich auf jeden fall wieder rennen 20 sekunden bis abregelung schhhh 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 eh auch wenn wir so viel Luft gehen ja ich hab ich bin nicht mehr rausgekommen Scheiße Scheiße BYE 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 Tja, ich weiß, dass keine Atome sind ausgelöscht. Zumindest die hier, denn auf den Vordergrund gibt es auch welche, aber die meisten direkt feindselig, nur ein paar weg zu fahren fahren, feindselig. Also, wir müssen da hin, aber wenn er nicht entdeckt, markieren wir erst einmal. Ich habe nicht so viel Gewicht dabei, dann, naja, ich kenne mal was ab. Ich habe keine Ahnung, warum ich es so gemacht habe, aber es ist einfach so, ich habe echt keine Ahnung warum. So, ich habe eine andere Seite. So, ich habe eine andere Seite. So, ich habe einen Halt handelt. So, ich habe einen Haltz-Halt, das ist einfach so, ich kann es nicht ganz aufhalten. So, jetzt geht's ein bisschen, das ist einfach mal. Okay. Ich versuche die Verationchen. Oh, shit. Friss das! Oh, shit, sir. Oh, shit, sir. Aber die verarschen. Ach, also endlich. Oh, shit. Und, um, nimm das! Okay, jetzt habe ich den Pex. Das geht doch. Oh, shit. 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 so schwer dann sie abzusuchen und kiaos hat er nicht so zu sein so wie es aussieht ... send enfin ... es ... ... ... ... ... ... ... ... ... Umelchimai habe ich fest am besten vergessen einmischung gemacht das war es zuerst natürlich du kannst mir alles sagen eines tages könnte ich darauf zurückkommen als kann ich mich zu dir geschickt hat dachte ich ich würde dich nicht nur weil du meinen vertrag übernommen hat sondern weil ich dachte dass du mich herumkommandieren würde als wäre ich ein bief mädchen bisher hast du mich aber wie eine freundin behandelt mann du warst richtig nett zu mir ich möchte nicht undankbar sein aber seine freundlichkeit macht mich nachdenklich wenn ich eins im kombat sondern gelernt habe dann das niemand tut etwas ohne eine gegenleistung zu erwarten was erwarte ich wohl ich glaube dass du mich nicht verstehst lass mich erklären was ich meine dann verstehst du vielleicht wo ich herkomme ich habe drei jahre im kombat zone gelebt es hat nach kotze und pisse gestunken aber es war mein zuhause ich konnte dort ein paar kronkorken verdienen mein eigenes bett und drei warme mahlzeiten am tag dann kamen die raider und haben dort alles an sich gerissen du kennst sie ja nicht gerade sanfte typen als sie da waren musste man ständig aufpassen nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden oder noch schlimmer ich hatte schnell verstanden dass ich meine hart verdienten kronkorken einsetzen musste freunde zu kaufen machte das leben leichter deshalb warte ich wohl darauf dass du mir deine rechnung stellst verstehst du du schuldest mir gar nichts mir fällt es sehr schwer dir das zu glauben ich sag dir mal was gib mir etwas zeit dann überlege ich mir eine gegenleistung ich bin kein reiches mädchen aber wir werden uns bestimmt einig wozu sind freunde sonst da ja sag ich sag dir das auf ehem watsch das war Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 ähm hat es geheim vielleicht hilft mir mein schuldgefühl mich zu konzentrieren ich verspreche dir solange fahrhaber steht sorge ich dafür dass akkadia alles tut um meine verbrechen wieder gut zu machen die insel wird zu einem besseren ort an dem unsere leute zusammenarbeiten also so ein gefecht darüber zu sprechen mal schauen die insel ist sicher vor den kindern des atomes gehen der kasumi denn wir ja praktisch noch eine wenn wir mit dieser wieder noch reden wer wird er festbekommen ich möchte mich gerne nach hause schicken ja ich möchte auch noch die sinken in die luft jagen also sinken nicht zerstören und die leute den verhaber aber im personen würde ich schon gerne vorher nach hause bringen also von daher handelt es genug zeit und vor dieser kleinen insel habe ich übrigens nach den verbinen kurz für die insel für bestimmte stelle gesucht oder weiter ich sie nicht gefunden ich möchte von hinterher schauen wo ich sie finde die explosion das warst du oder du hast etwas aus dem erinnerung genutzt um die kinder des astrums zu vernichten ähm alle sind sicherer die insel wird ohne diesen kult um einiges sicherer sein hast du kein problem damit zu entscheiden wer lebt und wer stirbt ich könnte das nicht hey hör zu als du das erste mal hier aufgetaucht bist solltest du mich holen mich nach hause bringen ich habe darüber nachgedacht ich habe kenji und ray weh getan als ich gegangen bin oder ich hätte auch so tun können als wäre alles in ordnung aber ich habe sie verlassen soll ich zurück offensichtlich bedeute ich ihnen noch etwas oder das wofür sie mich halten sie brauchen eine tochter sie haben es verdient ich habe in akkadia alles geklärt ich habe meine antworten vielleicht sollte ich jetzt etwas für jemand anderen tun du hast recht kasumi sie brauchen dich geh nach hause ich werde ich packe meine sachen und verabschiede mich noch bei allen danke für alles vielleicht sehen wir uns hier irgendwann im commonwealth ich wusste dieser atompenner wird sich irgendwann in die luft jagen ich wusste dieser atompenner wird sich irgendwann in die luft jagen zum glück haben sie uns nicht mitgenommen sind willst du was kaufen oder Angebot anzusehen. Lass uns Geschäfte machen. 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 Lass uns Geschäfte machen.